noch mal die aufnahmen und sagen hallo an die leute die sich nicht im stream sondern schön jetzt habt ihr meinen tod gar nicht gesehen ich bin so weit gekommen nein bin ich nicht das war habe ich die notes schon alle gelesen also ja ich weiß ich glaube es gibt ein archiven wenn man die alle liest aber das müsst ihr doch schon getan haben vielleicht in einem durchgang mache ich jetzt so und ich komme mal kurz sicherheitshalber habe ich jetzt nicht habe ich auch damit wirklich die aufnahme läuft jetzt wirklich so ganz echt mit video das kann ich noch mal über den film das gamepad das er mir geschenkt hat aufregen wo die eine taste sich doppelt klickt er sich manchmal also manchmal drückt sie die eine taste über die andere drücken wo es das nicht soll und das heißt ich habe sich das bieter und nicht ganz aber auch nicht nur das spiel das gamepad gar nicht erkennen will ein hoch auf das spiel und auf der füge das gamepad und die bombe und das fleisch das steak das hier so rum liegt klar die aufmachen liegt irgendwo im dreck rum seit jahrzehnten nehme ich mit aber ich bin mal im chat und ich nehme ich nehme auch perfekt das ist eine falle komm mal rein komm mal ran nicht wieder sterben gleich hier am anfang wie auch xp wenn die die fallen laufen sterben glaube ich habe mal nachgeguckt ja das ist der mensch im märz der familien entschuldigt werden das ist schwierig die fans oder tecken ich nehme mal und das noch mal nachschauen überhaupt konnte das irgendwo nachschauen ich weiß nicht nur ach da sehr gute anfangs werde die standard anfangs werde jemand immer in dem zwischen anderen die immer hat die gibt es ein ticker wo hast du uns pauschen da liegen lassen so hallo mein dicker sind gelogen was bist du überhaupt brauchst du machst keine ahnung was dich pfeile können inventar dich schieben mannach da die schon mal so bomben kommt auch mal ins inventar was zu essen schon mal so ein bisschen näher ran ich habe ich habe mich einfach an glaubt wenn du vorsichtig sein wenn ich lieber nicht spinne tüpfel kaputt schlage im moment das ist kein farbiger topf nicht farbige kann man tot schlagen farbige sollte man aufpassen und ich hab da ein insekt dass die wand hochklettert was gelobt und das ist wir hier ok hier sind wir farbige töpfe ob die irgendwas getroppt nein ihr habt mein doch ja ich kann ja weil ich mir da auch sagen sie haben ihnen wahrscheinlich zerstörte regen hat beim aufschlag kaputt karte reicht die wirklich schon mal ok dann gehen wir zurück so entweder durch den gang oder die leiter hoch nehmen wir mal die leiter das spiel hat nicht so viele secrets es hat nicht so viel sekret hat ja auch keine mindcrawler ich weiß es nicht mehr sie man da der alle die videos geguckt hat auch die verlorenen die ersten drei und ich muss mal irgendwann im stream suchen vielleicht kann ich da noch mal raus retten und durch den käse damit ich stehe auf käse das hat ewigkeiten an weiter mit bottles wie man mit ich das nur immer übersehen gibt es einen ort wo ich die auffüllen kann hier im wasser zum beispiel das ist magisch das kann irgendwas irgendwas kann der jetzt soll ich den helm auch aufsetzen ist ja vielleicht eine ganz gute idee hier war das gute zeug irgendwas machen kann sie werfen dann wird auch ein gegner hat es aber auch schon auf die poten bei einem grab klingt nach einer guten idee das zu trinken machen wir nachher auch gucken wir mal was das werfen bringt hallo ich sehe jemand auf der ich die flasche hier werfen kann ok dann halt nicht das ist eine teleport plattform möchte ich da jetzt auch drauf stellen ich habe die tüte ok teleport kills sind also möglich nein das beeindruckt mich gar nicht was mache ich denn da mit dieser botte ist ja nur dekoration oder kann ich mit denen wirklich was tun egal ich komme jetzt erst mal diese hosen was war das magic minus 6 ja gut weg mit dem shot attack power magic defense nehme ich jetzt noch mal attack? ja komm nehmen wir noch mal attack? okay so extra aber auch gold aber haben wir wieder mal so gold dabei ich nehme erstmal die bombe gefeuchte irgendwas kaputt schlagen bevor ich gleich noch die bombe kaputt schlage die bombe wieder nicht kaputt schlägt ach jetzt bin ich wieder hier ok dann kommt es nur jetzt her aus maul paul weißt du paul? ja bestimmt sieht es aus wie so ein paul ich habe ein schild ich habe ein schild da muss man das brot hier mit das uralte brot hier mitnehmen sieht lecker aus in der heutigen bierenzeit ne das kann mir ja froh sein wenn man Hopf was hat das ist schon eine brotkaufel eigentlich gut jetzt nicht da wo ich wohne aber hier geht es nur andersrum auf gesittet zu noch ich hoffe ja bald das ändert sich bald ich möchte auch Schläger rein im supermarkt sehen und einraudig klopapier das nehme ich auch noch mit wär schon irgendwie geil ähm wär geil können wir nochmal den teleport nehmen ne den werden wir wahrscheinlich immer gleich teleportieren ne ne oh ein leckeres stück schinken äh was war das? keule? die keule falsches spiel falsches spiel äh ja hallo ja hallo erst mal bei Frauen kennenlernen sie erst mal überm Knüppel schlagen so realistisch 2ac ja tschüss hier nehme ich keine Magic-6 das ist meine Magic-6 das ist meine Magic-6 ja uuuh apropos Magic-6 deshalb 5-7 1-2-3 Speed-1 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 konnte man Waffen verkaufen ich weiß sie nicht mehr ich mach mir die Note Ditch schon weg Bottle Bottle kann auch weg Was ist denn der Typ? Ich sehe das Ding auf mich fliegen aber Ding hier woher? Aha! Von da und da jetzt schon wow Doppelkill ja geil ich bin so gut heute erstmal sterben und dann Doppelkill machen mit einem Pfeil nennt mich Robin Hood den guten Robin Hood gab es möglicherweise gar nicht und mich gibt es möglicherweise aber Beat-1 Magic-3 Uuuh nur 1 AC ne Gegenstände konnte man nicht verkaufen ok konnte man also man konnte zum Händler kommen aber ich hab vergessen ob man da Sachen verkaufen kann und ich kriege im Fall sogar wieder und 2 Gold jeder Magier gibt eine Belohnung die man tötet über eine Belohnung von einem Gold niemand mag Magier so mach mal auf hier Hallo ist da jemand? ich verkaufe diese kaputten Schwerter stirb fast stirb Gold irgendwelche Tauschmus alles mitnehmen ist noch Platz Inventar steckt ein die Scheife so 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 war gut hmmm war ein Trick irgendwie glaube ich die ersten hier lang ich guck mal nochmal zu ich wollte ich wollte nach vor wo bin ich nicht hängen geblieben nach so entscheidende dumme halb pauschen nach nach bin ich vorbeischieben oh oh ah ich dachte du wärst ein Knochen wo kommst du jetzt her äh was soll ich denn damit jetzt anfangen das ist schon für meine Werte oder mal guck mal kurz jetzt hab ich Speed Speed steht da irgendwo Speed 4 was Speed 4 oder was egal weg damit ich nehme nach wie vor an dass das jetzt für mich ist jetzt hab ich nie drüber nachgedacht da haben wir die Leiter nach unten und ich nehme nach wie vor an dass das jetzt für mich ist äh schreibst du jetzt mal wo denn das äh Red Potion ja das ist nur Blut doch keine Potion kein Secret kein Secret Mensch da gibt es keine Secret aber ich finde sie nicht äh wer ich was ist mit mir wer war das wo kommt der denn jetzt her wo kommt der her oh oh ich hier brauche ein Gold das da schreiben wir mal nicht kaputt die Potion ist ja noch mit die Bombe auch noch ist Platz Inventar Stoffen jetzt wohl dann gehen wir mal zurück achso ich bin wahrscheinlich dann ne man muss da wirklich mittig durch ne hm 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 hab keinen Ruhm ja fuck ok ist einfach nur ganz normaler ja tschüss äh ich hab keine Ersatz Waffe das ist irgendwie schlecht ich habe auch keine ersatzwaffe gefunden was wieso habe ich keine ich habe doch sonst immer so viel zwei millionen waffen was sonst immer jetzt schon mal aussortieren was brauchen wir denn definitiv nicht brauchen das schild kann glaube ich weg werfen ist da hoch wo ich nie wieder rankommen ist ja gut dann was kann noch weg tag portion brauche ich die bomben was soll man so eine red potion trinken ach 10 magic shield ok jetzt weiß ich schon mal was die red potions machen ich habe keine waffe ich habe wirklich keine kack waffe jetzt warum diese ganzen ein spiel 7 7 zu 9 text b ist halt massiv nach unten gesetzt ich habe keine ich habe nur noch was ist doch immer zugeschissen mit waffen sind meine waffen ich war lange waffen oder wenigstens waffen war waffen ich habe lust auf waffen ok jetzt noch waffen hier noch eine bombe ok ich bin jetzt noch eine waffen herr weil bis 22 uhr hat ja schaffe ich nicht mehr scheiße die matching und noch noch eines matchen ab ok ich weiß ich bin noch nie rausgegangen in der zichter die karte wirklich aber das könnte man jetzt mal probieren jetzt wirklich lust das zu probieren man könntest du mir mal eine waffe geben ich sollte vielleicht mal ein schinken benutzen oder ein brot oder sowas wo bin ich jetzt hier reingekommen verdammt nochmal das war ein ordentliches brot essen sowas kannst du speed minus fünf jetzt muss ich habe ich jetzt hier reingekommen stuhl das müssen wir jetzt mal angucken ich stimme nur das was die hier auf dem zettel geschrieben haben ne sieht alles ganz normal aus kann ich jetzt einfach wieder rausgehen oder hab ich noch nie probiert ehrlich gesagt muss ich dazu überhaupt hin ah nach unten alles klar also ich habe ich gebe